Wir haben es satt zu verzichten. Frauen wollen wieder spüren, wie schön man sie findet. Wollen sich wieder verwöhnen lassen. Ich jedenfalls. Ich soll Frankreichs verblassten Ruhm aufpolieren. Die Welt glaubt, Paris wäre erledigt und der reichste Mann von Frankreich will, dass ich diese Meinung ändere. Solltet ein Bruder denn nicht davon wissen? Claude und ich haben eine Abmauung. Das richtige Kleid kann die Person verwandeln, die es trägt. Aber es kann auch die Person verwandeln, die es sich ansieht. Wir haben ein Problem, Monsieur Sabine. Warum hat Monsieur verlangt, dass ich die Kleider trage? Interessiert es dir nicht, auf welcher Seite der Typ vor drei Jahren gestanden hat? Er hat herausbekommen, dass nicht du, sondern Claude es ist, auf den es ankommt. Wenn je etwas Mutiges und Überragendes geschaffen wurde, dann nicht aus Angst. Er hat keine Ahnung, wozu du wirklich fähig bist. Alles, was ich tue, ist für die Familie. Er hat keine Ahnung, wozu du wirklich fähig bist. Vielen Dank.